Moment mal, du kennst mich nicht und willst mir trotzdem eine Million Robux schenken? Ja, ganz genau. Oh Mann, was ist das denn nur für ein Tag? Ich treffe irgendein fremdes, hübsches Mädchen und sie möchte mir einfach eine Million Robux schenken. Aber Lamy, nicht nur das Geld möchte ich dir schenken. Ich werde dir auch einen Kuss geben. Einen Kuss? Wie cool ist das denn? Na gut. Ich kann mich nicht bewegen. Na los Lamy, komm zu mir. Gib mir einen Kuss und nimm das Geld. Ich versuche doch wirklich mich zu bewegen, aber es geht nicht. Was ist hier los? Los Lamy, Lamy, Lamy. Was ist denn hier los? Hä? Äh, Mama? Na los Lamy, wach endlich auf. Los Lamy. Du kommst zu spät zur Schule. Oh nein, Mama. Du kannst mich doch nicht wecken, wenn mich das erste Mal ein Mädchen küssen will. Das wäre so ein schöner Traum gewesen. Oh Lamy, das tut mir ja wirklich leid. Aber wie gesagt, du kommst zu spät zur Schule. Na los, du stinker. Ist ja gut, Mama. Ich gehe ja schon. Oh Mann, erstmal brauche ich ein bisschen frische Luft, ey. Wie lange habe ich denn geschlafen? Moment mal. Hä? Die Schule fängt in einer Minute an? Oh nein! Nein! Oh, hey, Lamy. Oh, Moment mal. Der Schulmobber. Hey, cooles Auto. Na los Lamy, komm runter. Ich fahr dich zur Schule. Ich nehm dich mit. Oh, was? Mich? Jetzt? Wirklich? Okay, ich komm ja schon runter. Oh Mann, der Schulmobber ist meine letzte Rettung, sonst komm ich zu spät zur Schule. Na los, weg hier. Oh, nein, bleib stehen. Oh Mann, oh. Ich dachte, der Schulmobber wäre einmal nett zu mir. Oh Mann, ey. Lamy haben wir es wirklich gezeigt. Und er kommt zu spät zum Unterricht und dann noch bei Frau Sauer. So, guten Morgen, liebe Schüler. Wie sehr fehlt einer. Na gut, wir machen trotzdem mit dem Unterricht weiter. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich komm zu spät zum Unterricht und wir haben noch die erste Stunde bei Frau Sauer. Hier, hier bin ich. Ähm, tut mir leid für die Verspätung. Ah, Lamy, da bist du ja. Zwei Minuten zu spät. Das heißt dann auch, dass du zwei Stunden nachsitzen wirst. Oh nein, bitte nicht, Frau Sauer. Oh Mann, ey. Ihr habt mich reingelegt. Das war voll fies von euch. Na gut, liebe Schüler. Vorab möchte ich euch noch eine Frage stellen. Und zwar, was ist euer Traumberuf? Hä, also ich möchte irgendwann ein Auftragskiller sein. Hä, und ich möchte irgendwann ein Geheimagent sein. Oh, wow, das sind ja tolle Berufe. Und Lamy, wie sieht es bei dir aus? Hm, naja, ich möchte irgendwann YouTuber werden. Ähm, YouTuber? Das ist doch kein richtiger Beruf, Lamy. Für diese dumme Antwort kannst du nochmal zwei Stunden länger nachsitzen. Genau. Aber, aber YouTuber zu sein ist doch auch ein cooler Beruf. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Nach dem Unterricht ist es immer am schönsten, zur Cafeteria zu gehen. Oh, Moment mal. Das Mädchen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das, das war doch das Mädchen neulich aus meinem Traum. Ganz genau, das, das Traum-Mädchen. Oh Mann, ich hab nur diese eine Chance. Ich muss sie unbedingt ansprechen. Ich hab, ich hab von ihr geträumt. Oh, ich bin so alleine hier. Wenn es nur jemanden geben würde, der mit mir eine Pizza essen kann. Oh, das ist meine Chance. Hm, hm, hm. Na gut, dann wollen wir mal. Und? Oh, hey, was geht denn ab, Lamy? Oh, was? Die Schulmobber? Was, was wollt ihr von mir? Na, Lamy, du willst doch YouTuber werden. Und da dachten wir uns, wir helfen dir bei deinem ersten YouTube-Video. Ja, Mann. Wir haben sogar eine richtig coole Video-Idee. Da bekommst du bestimmt ganz viele Abonnenten und Likes. Was? Ihr wollt mir wirklich bei meinem Traum, YouTuber zu werden, helfen? Und, äh, wie habt ihr euch das vorgestellt? Na ja, also, Lamy, erstmal ziehst du das hier an. Oh, oh, ich kann nichts sehen. Hey, was hab ich auf dem Kopf? Was habt ihr vor? Na ja, wie gesagt, wir wollen dir nur bei deinem Traum helfen. Oh, was? Bei meinem Traum helfen? Hey, sag mal, wo schleppst du mich hin? Einen kleinen Moment, Lamy. Wir sind gleich schon da. Na, jetzt lass mich doch endlich los. Was soll das? Ich dachte, ihr wollt mir wirklich helfen. Oh, 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 Mann, ey, wo bin ich hier? Hahaha, oh, Mann, Lamy, und ich dachte, du gehörst zu den coolen Leuten aus der Schule. Oh, Mann, wenn das Video ins Internet kommt, dann werde ich es auf jeden Fall liken. Hahaha, das Video geht bestimmt viral auf TikTok und YouTube. Hahaha, ja, Lamy. Wir werden dich alle abonnieren. Dann hast du schon drei Abonnenten. Abonnenten. Oh Mann, wie fies kann man nur sein. Aber wartet ab. Ich werde es euch noch zeigen. Ja, ja. Wir werden es schon sehen. Ciao. Freunde, ich kann das alles nicht mehr. Ich bin langsam so wütend, dass ich glaube, dass ich explodiere. Oh ja. Jetzt welches allen heimzahlen. Den haben wir es ja wirklich gezeigt. Stehen geblieben. Hier kommt ihr nicht mehr weiter. Wenn das nicht der Mülltonnen-Lami ist. Na, läuft dein YouTube-Kanal schon? Ihr drei, ihr habt mich alle wütend gemacht und dafür werdet ihr alle bezahlen. Was ist denn jetzt mit dem Spinner los? Oh Mann, das müssen wir auch aufnehmen mit dem Handy. Das können wir auch auf YouTube hochladen. Sein zweites Video. Lami dreht durch. Ich werde das Video sogar kommentieren, Lami. Zweimal. Ihr habt es so gewollt. Nimm das. Das habt ihr eben davon. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist nicht Lami. In Lami ist ein Dämon oder sowas. Oh nein. Ich bin ganz der Alte und ich werde euch jetzt ins Grab legen. Wie gruselig. Lami hat sich in ein Teufel verwandelt. Das machen wir jetzt nur. Tja, tut mir leid. Aber jetzt könnt ihr gar nichts mehr machen. Ich werde jetzt eure Körper alle bombardieren. Na, was? Wir werden alle sterben. Da muss ich noch mal in meine Pizza reinbeißen. Ah, ha, ha. Oh Mann, ey. Was riecht denn hier so gut? Moment mal. Eine Pizza, gib mir die her. Und, äh, was macht ihr denn alle auf dem Boden? Ah, ha, Lami ist ein Monster. Ah, was? Was ist nur in den Gefahren? Ich, ich muss abhauen. Hilfe, Mami. Na, ähm, du willst die Pizza? Hier, nimm sie bitte. Nimm alles, was du willst. Aber lass mich in Ruhe. Hm, hm, hm. Wie lecker. Aber, sag mal, was, was habt ihr denn alle? Warum lauft ihr alle weg von mir? Ähm, ach, einfach nur so. Äh, ciao. Hm, ich hab wirklich keine Ahnung, was die alle haben. Die laufen alle weg von mir, als wäre ich irgendein Teufel oder sowas. Aber, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nie wieder verpasst. Und, Freunde, links und rechts seht ihr noch die letzten zwei Videos. Die müsst ihr auch unbedingt abchecken, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video und ciao.